dann geht es jetzt weiter hier sind wieder zwei so kette 2 3 3 kette hilfe ja definitiv die gerade oder sie nicht nur drei das sind 45 ganze familie auch von mir die haben ein problem gerade ein persönliches problem gerade auf jeden fall ist jetzt einer weniger noch einer weniger ja der restweise gemerkt haben die sind nicht ohne genau hau du mal ab da ja das ist sie doch doch matratze ich wollte nur ein bisschen bäumchen fällen wo hast du denn damit sagen hier wo ich jetzt gerade bin oder was okay okay Ja, das war gut. geht bei euch noch ein bisschen oder wie sieht es aus ein kleines bisschen ja wir sind jetzt in folge fünf glaube ich mittlerweile so nebenbei also ich setze immer mal zwischendurch mache ich mal so da zwischen 20 und 25 minuten marka marka ja also da mache ich aber kurz speichern ich brauche hier reinzuschmeißen die clips niemand wie ich jetzt gerade wo ich sehe ich habe auch schon der muss aber hier bei uns sein oh ja der steht vor mir oder stand vor mir gerade hilfe hilfe zwei nämlich gerade ich habe kaum noch energie 22 22 33 große ja ich habe aufgemacht verdammt da war eine lücke im zaun welchen saun boden ich bin eigentlich gerade nur untergefallen ich wollte eigentlich oben weitermachen und bin rausgegangen und da ist kein boden mehr kommen schnell rein ja ich weiß ich bin schon unterwegs das problem durch zwei dinger verloren hat über holz verloren ja ich hab's gesehen ich komme wieder so tür ist zu ich hoffe dass wir mir die sehen aber da ist doch ach weil da unten noch die strebe fehlt ist das ist ja fies ja und ich bin runter gefallen sie ist das dafür die schritte die ja dann leider gemerkt auch ich wollte eigentlich so ein stück weiter vorgehen ja komm hoch ja mei jetzt sah gut aus auf jeden fall ja ich dachte ich mir schon dass das irgendwie aussteigen wird dieser rutsch ist fertig ich komme wieder das fehlt tatsächlich nicht mehr viel da bist du ja das erste element und ist durch da würde ich mich jetzt weiterbauen gerne nehmen von mir aus kannst du da gerne noch ein dynamit reinwerfen jetzt so schnell mit dem holz sind hier die diese lücke käften kann man erst nachdem der boden fertig ist rein machen oder ich hoffe ich hoffe nicht weil irgendwie weiß nicht ich weiß nicht wie du das hier gemacht hast hier auf der seite ich habe einfach gebaut ich habe ich steffe einfach einfach rein und da hast du erst die treppe und dann den boden gesetzt weiß ich nicht ja er ist im boden dann die treppe und mit denen einfach reingesägt den boden äh das Loch du kannst ja immer das ding auswählen das Loch auswählen da ja aber irgendwie geht das nicht wenn das noch eine konstruktion ist sozusagen ja dann bau ist fertig dann geht es weiter also hast du praktisch auch diese lücke hier erst später in den boden gesägt ja ok gut dann hat sich ja die frage auch so da oben ist gerade noch weiter bäume sammeln aktionär ja hier sind auch bei hier vorm haus sind schon wieder zwei große wir brauchen wir noch über 100 stück in der mitte ist noch ein podest das ist noch grün bei der brücke wir kriegen besuch leute da tut sich nicht so einen habe ich getötet aufгу steppe Hab ihn Ich habe einen von denen jetzt weggenommen, den kleinen davon Ich weiß nicht, ob jetzt noch mehr hier irgendwo sind Okay Mit einer hab ich hier war eben kurz hab's gemacht Schon wieder welche? Ja, zwei Stück Werdet ihr mit den beiden fertig? Irgendwie? Oder sollen wir dazu kommen? Das ist ein Renner Ja, komm jetzt warte mal Ich will jetzt grad noch schnell den Wagen zählen und dann komm ich Oder kommen wir Ja, ja Ist ja schon voll, oder was? Nice Ist das hier voll, oder wie? Habt ihr den zweiten Wagen hier gerade mit rausgezogen? Also der eine ist voll, ja Ne, warte mal Gut, jetzt fehlt glaube ich noch Ne, eine oder zwei fehlen noch Okay Ich guck gerade, ob ich noch irgendwelche finde Weil, äh, aber es sieht gerade nicht so aus Jetzt werden die noch Fertige, warte mal Fass gerne mal gleich Guck Ach ja Wieso? Wurde aber auch nicht mehr allzu lange machen wollen, wenn es okay ist Ja, wir machen die Folge jetzt Also jetzt, äh Die Folge noch gleich zu Ende Also es ist so ein paar Minuten Aber Ich würde mal sagen, noch so 10 Minuten, 15 Minuten Und dann ist gut Dann haben wir 5 Folgen gemacht Und dann können wir ja Ja, morgen Abend können wir nicht Oder wenn überhaupt sehr spät erst Ähm Sonntag haben wir auch Ligerinnen Und nächst du auch auf die Spätschicht halt Äh, fahr rein Fahr den rüber Okay Jo, bin dabei Das wird ja schwierig sonst Das machen gerne bei mir Bei uns Bei uns Weil hier müsst ihr ja nächste Woche halt auch früh raus, dann beide, ne Was ist denn das für ein Geräusch, dieses Uff Naja Sehr gut Was ist mit dem zweiten? Der Dicke? Ich höre halt irgendwas noch Der Dicke? Dasher Bis zum nächsten Mal Jungs Wuh... Dicke! Das ist das Decke! Deine Für Du wenn die wagen sind gleich wieder es geht leider zu stellen dass wir die 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 wege also müssen auf jeden fall noch mal raus jetzt auf jeden fall ich würde sagen eine ladung machen wir noch mal beide voll verbauen die feierabend oder wie seht ihr das im auch auch Und jetzt geht's. so haben wir auch jetzt gerade mir einfach den baumstamm weg schnappt ich sehe jetzt hier gerade warum vorsichter sabrina das könnte jetzt in eine richtung gehen ich muss keine luft holen der feld in deine richtung ja ich habe auch immer eine weile gebraucht hat bis er dann wieder lag ja ja Und siehst du dich? nur so als bahn und da stehen schon wieder große bei uns auf der wiese wir haben es aber ja wir haben gesagt wir haben das dorf nehmen kann man die heute von denen ich eigentlich kaputt machen die dörfer kannst du nicht zerstören nehmt man den wagen und ich bin hier da sind sie noch zwei stämme und der eine wagen muss noch mit der zweite davon ja hier steht da ist sie gerade vorsicht kräfte kommt auf dich zu und ist runtergefallen gut zu wissen ich mache aber zu uns gerade die tür vorsichtig also hier unten unter der brücke nicht runterfallen das fällt schlecht der kommt nicht hoch ne sehr gut kleiner pass auf geht denn hier ist doch eine eilversichtige olle ja die wollte mich nicht so ich muss ja auch wieder selber jetzt hier raus kommen weil mir wird nämlich langsam kalt gut zu machen So, ich muss hier noch etwas futtern. Fisch weggedrückt. Ja, sollten wir alle mal machen. Ich gehe jetzt gerade auch mal mich überraschern. Wir können wie gesagt hier drin. Das ist einfach hier in der Ecke. Ich habe das Ding mal fertig gebaut gehabt. Das Spiel retten. Ja, save the game. Im Englischen übersetzt einfach. Wer safe heißt, dann speichern und retten. So, ja, würde ich sagen, dann machen wir jetzt heute Abend, aber mal Feierabend. Dann können wir den Rest in der nächsten Folge machen. Wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen was Holzer oben stehen. Aber dann passt das auch. Ja, hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder in der nächsten Aufnahme und müssen wir gucken, wann wir das machen, wie wir das machen. Bis dahin. Kann man ja dann besprechen. Genau. Vielen Dank.